Untertitelung des ZDF, 2020 Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du noch morgens, müllas, abends Gornka trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Ich frag dich da, wenn man, ob sie was trinken möchte. Nee, wäre es mir zu hässlich. Und, wer sind Sie? Herr Honka. Verstückt ihr da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass ich sie vernaschen darf. Und? Hast du aber noch was auszusetzen? Junge, komm bald wieder. Bald wieder. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und trinkst, wenn mal nichts los ist, dass was passiert. Denk auch an mich, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder, bald wieder. Wunderschönen guten Abend, die waren. Ich bin ein bisschen rau, aber stark.